Seit 2004 engagiert sich die Designpädagogik der Universität Vechta für inhaftierte Frauen in der Justizvollzuganstalt Vechta. Aktuell ist die Reihe Artig Kunst im Gefängnis ihre neue Ausstellung mit dem Titel Kreativer Perspektivwechsel arbeiten gewidmet, die Frauen in Haft in sechs Workshops gemeinsam mit Studentinnen der Designpädagogik unter der Leitung von Dr. Stefan Scheuer 2014 geschaffen haben. Die Ausstellung ist bis Sonntag, den 28. Juni, jeweils donnerstags von 18 bis 19 Uhr öffentlich zugänglich.